Die Energiepreise steigen seit Jahren und die Menschen versuchen immer, Energiekosten einzusparen und sie zu senken. Unser Experte Michael Maucher von der Energieagentur Ravensburg wird uns heute erzählen, wie wir mit einfachen Mitteln Kosten einsparen können. Herzlich willkommen, Herr Maucher. Hallo Herr Baunach. Jetzt sind wir hier in der modernen Küche. Sieht doch im ersten Moment alles ganz gut aus, oder? Auf alle Fälle und ich denke auch im Neubaubereich ist es kein Problem mit der Energieeinsparung. Wichtig auch, die Altgeräte mal zu betrachten. Wenn wir jetzt mal beginnen, zum Beispiel hier mit dem Kühlschrank. Ist ein Kühlschrank wirklich der große Energiefresser? Also im Haushaltsbereich macht der Bereich Kühl-Gefrierung etwa 20 Prozent des gesamten Strombedarfs aus. Klar, jetzt hier in diesem Neubau natürlich entsprechen weniger, weil einfach neue Geräte auch weniger Energie benötigen. Daneben haben wir zum Beispiel jetzt den Backofen. Viele machen sich ja einmal die Woche eine Pizza. Ist das überhaupt sinnvoll? Ich muss den Ofen vorheizen, verbrauche eigentlich wahnsinnig viel Energie. Kostet mich die Pizza am Ende dann wesentlich mehr? Also im Endeffekt mal so, Pizza braucht ungefähr eine Viertelstunde. Bei 2 kW Heizleistung des Ofens sind wir dann ungefähr so bei 10 bis 12 Cent, was eine Pizza warm kostet. Sie hatten jetzt noch im Vorgespräch etwas Interessantes gesagt. Und zwar, wir haben hier den Backofen, hier den Kühlschrank. Und dazwischen ist einfach, und Sie sagen, so sollte es sein. Warum? Ganz einfach, weil der Backofen wird entsprechend, sagen wir, bei der Pizza hat 200 bis 250 Grad warm. Der Kühlschrank soll eigentlich das Ganze besonders kalt halten. Und Wärme und Kälte mögen Sie nicht so gern. Das heißt, der Kühlschrank muss dann mehr arbeiten. Das heißt, auch der Strompreis und die Stromkosten gehen nicht entsprechend gut nach oben. Ein Stück nach hinten gehen Sie mir jetzt am Wasserkocher. Der ist ein bisschen verkalkt. Macht das überhaupt was aus, ob der verkalkt ist oder nicht? Es dauert vielleicht ein bisschen länger, bis Wasser warm ist, aber energiemäßig spielt das keine große Rolle. Wenn ich jetzt warmes Wasser machen will, egal ob für Tee oder auch für eine Suppe, ist der Wasserkocher sinnvoll? Man sagt immer, der zieht so viel Strom, wenn der warm wird. Oder hier haben wir den Herd. Soll ich es auf dem Herd machen? Also hier ist ganz wichtig eigentlich die Unterscheidung. Geht es um die Energiemenge oder die entsprechende Leistung? Wichtig ist eigentlich, von der Energie her braucht der Wasserkocher weniger Energie. Eigentlich relativ einfach zu erläutern, können wir gerade mal hier an den Herd gehen. Was passiert denn im Herd? Ich möchte hier warmes Wasser machen. Ich muss zuerst die Herdplatte auf Temperatur bringen, dann den Topf erst mal heiß machen und dann erst wird das Wasser warm gemacht. Beim Wasserkocher ist eigentlich nur das Wasser selber. Deswegen ist eigentlich entsprechend sparsam. Nur die Gulas-Suppe möchte ich jetzt nicht unbedingt im Wasserkocher machen. Das ist mit dem Rumröhnen ein bisschen schlecht zwischen euch. Jetzt haben wir ja heute immer Geräte, die sind A, A+, A++ und so weiter. Spare ich wirklich so viel, wenn ich die neuen Geräte habe? Und wie viel bringt man nicht jedes Plus? Also im Endeffekt jedes Plus bringt uns nochmal so 10 bis 15 Prozent höhere Effizienz. Man muss immer unterscheiden. Ich sage mal, richtig alte Geräte, die zum Teil noch auf 500 oder 1000 Kilowatt von brauchen, als Kühlgefühlgerät. Neues nur noch 150. Das sind schon mal schnell ein paar hundert Euro auch, die man an Stromkosten sparen kann. Das war ja immer die Lampen auch im Gespräch. Wenn ich die alten Glühbirnen drin habe, verbrauche ich so viel. Ist da wirklich so viel dran? Wenn ich jetzt zum Beispiel heute sehe, viele Schränke sind ja permanent LED beleuchtet. Gut, das ist schon mal so ein bisschen das Problem. Wenn man sagt, das neue Leuchtmittel braucht weniger Energie, dann lasse ich es länger laufen. Unter dem Strich haben wir nichts gespart. Aber zumindest mal der direkte Vergleich, Glühbirne vorher und LED danach sind dann doch rund 80 Prozent Energieeffizienz, die wir einsparen können. Hier drüben haben wir noch ein Telefon stehen. Man hört ja immer wieder, wenn Sie das Ladekabel für ein Handy oder für ein iPad permanent in der Steckdose lassen, verbraucht das genauso viel. Und das wäre auch gar nicht so günstig. Also hier muss man vielleicht aufräumen. Sagen wir, alte Ladegeräte verbrauchen auch im Standby relativ viel. Sagen wir, neue Ladegeräte, wenn eigentlich keine Energie gezogen wird, ist das Marginal oft im 0, irgendwas Watt-Bereich. Also nicht mehr der große Verbraucher. Bleiben wir bei der Technik, Fernsehgeräte. Auch hier hat man früher gesagt, nie auf Standby immer ausmachen. Also auch da hat sich vieles geändert. Früher gab es keine Vorgabe, was ein Gerät im Standby verbrauchen durfte. Da waren wir oft auch bei 10 Watt. Standby-Leistung heißt, 1 Watt sind so ungefähr 1,75 Euro bis 2 Euro Stromkosten. Das hat früher wirklich was ausgemacht, Stromrechnung. Neue Geräte sind eher im 0, Watt-Bereich. Da ist es eigentlich vertretbar. Wenn wir jetzt mal die Küche oder den Wohnbereich verlassen. Welche Geräte soll ich noch im Auge haben, um Energie zu sparen? Also haben wir noch, einer der größten Stromfresser im Haushalt ist immer noch die Effizienzpumpe unten oder die Umweltspumpe an der Heizungsanlage. Altgegen neu haben wir da teilweise auch Einsparmöglichkeiten von bis zu 80 Prozent. Jetzt möchte ich am Ende noch ein Thema ansprechen. Und zwar habe ich gehört, es gibt ja die neuen Stromtrassen in den Süden. Die kommen jetzt nicht so. Es wird drei Jahre Verzögerung. Und es hat geheißen, im Norden wird der Strom günstig werden. Und im Süden wahrscheinlich sehr teuer. Ja, also wir bilden eigentlich zwei Zonen. Kommt das so? Und wissen Sie schon ungefähr, wo der Strompreis hingehen könnte? Sagen wir so, die Deckelung durch die Erneuerbare Energien wird auf alle Fälle entsprechend Einfluss nehmen. Also sagen wir, der Strompreis wird sicher nicht mehr in dieser Höhe stecken wie bisher. Sagen wir, die Absenkung wird langsam dann passieren. Was sicher passieren kann bei Überschuss im Norden und eben wenig Strom im Süden, dass wir eventuell schon ein Präsgefälle hinbekommen. Jetzt für die Zuschauer noch ein letzter Tipp. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Energie zu Hause sparen, welches sind die drei der vier wichtigsten Punkte, wo Sie sagen, die jetzt einfach angehen mit einem kleinen Einsatz? Also sinnvollerweise immer versuchen, kühlige Frühgeräte, wie gesagt, machen rund 20 Prozent Auszahl. Mal gucken, altes, ineffizientes Gerät entsorgen, neues kaufen, zwei bis drei Jahre, bis es gerechnet hat. Und wirklich die zweite große Maßnahme, das Thema, wenn alte Umwellspumpe, dann durch eine hocheffiziente auszutauschen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.